Und dann sind wir auch schon wieder zurück bei Endzone Heute Eyecatcher Eitelborn gegen Reich und Schön, die Lokalmatadoren hier bei diesem Turnier So und damit beginnt der Anwurf im letzten Gruppenspiel Und der ist direkt beim Aus, das heißt wir haben sofort die Scheibe bekommen Stefan hat einen langen Rückweg hier an dieser Stelle, denn die Scheibe war früh im Aus Nah vor der gekriegten Endzone hat Stefan nun die Scheibe Was macht er daraus? Mit einer schönen Vorhand in die andere Ecke Und Flo hat den gefangen Direkt das 1 zu 0 im ersten Spielzug für uns Wunderbar An der Scheibe, reich und schön in diesem Moment Und Turnover Alex, schön energisch da zwischengegangen und das Teil zu Boden geworden Damit haben wir jetzt wieder die Scheibe Tim nimmt auf und wird hier irgendwie nicht mal angezählt Mit aller Zeit der Welt hier Tim sucht sich jetzt seine Leute Täuscht ein Overhead an Und voll von ihm noch aus Und der geht in die Endzone Und Alex hat ihn Mit der Zehenspitze noch im Feld Sauber Und da entsteht jetzt schon 2 zu 0 für die Eyecatcher Reich und schön ist da Und der kommt gleich wieder zurück Weit Und der ist gefangen Und die Endzone Wahnsinn Und der ist sogar drin direkt 2 zu 1 Jetzt Eyecatcher gegen Reich und schön Schnelle Antwort auf jeden Fall Von Reich und schön hier Sehr schnelle Antwort Sie halten das Spiel eng Hier der Anwurf von Reich und schön Eyecatcher haben die Scheibe Und die Kamera schränkt leider nicht mit Aber da kommt die Scheibe wieder zurück zur Bente Und ah, hast du gefangen Da war fast der Punkt Sehr trotz der Sonne im Einsatz nicht gefangen Schöner Layout hier von Bente Aber leider ohne Erfolg Sehr hektige Kameraführung Reich und schön an der Scheibe Und Turnover Overhead und in die Endzone Und ist der gefangen? Nein, naja nicht Rutscht da Max durch die Hände Sehr schade Hätte zum weiteren Ausbohr der Führung gereicht Und Stefan ist dazwischen hier Schon wieder Scheiben zu uns Und Overhead in die Endzone Und schon wieder ein Turn Da hat es auch gescheppert Zwischen Bente und dem Frankfurter Nach langem hin und her Haben wir jetzt hier Wieder ein Turnover Und das gleich an der Endzone der Frankfurter Einige Punktversuche sind uns leider Durch die Lappen gegangen Aber hier jetzt Ein neuer Versuch Direkt an der Endzone der Frankfurter Stefan hat die Scheibe Stefan gibt ab nach hinten Und Max mit dem Wurf rein Und Punkt in die Endzone Sehr schön Punkt für uns 3 zu 1 An dieser Stelle Und hier gleich wieder ein Pass Ah, der kommt nicht an Und damit gleich wieder Scheibenbesitz für uns Tim steht hier schon wieder relativ frei Und packt direkt wieder einen langen Wurf aus Die Kamera schenkt wieder nicht mit Und Alex gibt den weiter Und Nick fängt das Teil In der Endzone Schön gemacht Easy drin 4 zu 1 Für uns Sieht langsam nach einer eindeutigen Kiste aus Was meinst du? Absolut Hier wieder ein Turnover Reich und schön Sind nun an der Scheibe Und der nächste Turnover Und Alex gleich wieder dazwischen Und jetzt nimmt Tim das Teil auf Und der andere Tim ist schon wieder fast in der Endzone Wahnsinn Schöner Pass an Alex Und da ist dann doch wieder Tim Und Heber in die Endzone Und den hat er Sicher Super Super 5 zu 1 Hier Mit einem Wahnsinnsheber von Alex an Tim Sehr geil Hier mit dem Anwurf Und da geht die Scheibe Richtung unserer Endzone Aber überworfen Max war da zur Stelle Und hätte den glaube ich auch abgefahren Aber dennoch zu hoch Jetzt Stefan an der Scheibe Und der passt Und der ist lang auf Andreina Und die hat ihn gefangen Da hinten in der Ecke In der Ecke Ganz knappe Sache Den hab ich schon im Aus gesehen 6 zu 1 jetzt Für die Eyecatcher Erreichen schön Momentan an der Scheibe Und Anspielstation Und sind Flo schön dazwischen gegangen hier Und den Turnhauber besorgt für uns Stefan nimmt die Scheibe auf Und er sieht bereit aus In die Endzone zu feiern Schöner Overhead Und Andrina macht ihn Mit vollem Einsatz Er hat sie auf den Knie in das Teil gefangen Wahnsinn 8 zu 1 Jetzt Hier Nicht mehr live 7 zu 1 7 zu 1 erst Ja erst 7 zu 1 Na gut Ich räume meinen Fehler ein Hey Andrina Super cool Bester Anschlag Scheißegal Hat weh getan Ist egal Reich und schön Jetzt erneut im Vorwärtsgang Aber wieder ein Fehlpass Bude Oder Walter Tim jetzt an der Scheibe Tim zieht vor Gebt an Tim Der tanzt ein bisschen rum Und wirft den da in den freien Raum Und Tim hat den gefangen Das ist ja der Wahnsinn Das war sozusagen Der Tim-Spielzug Ja Doppelpass von Tim In die Endzone Auf Tim Und damit 8 zu 1 Die Scheibe geht vor Reich und schön Immer noch an der Scheibe In die Endzone Und Geblockt Super Abwehr da von Tim Der da dazwischen geht So Jetzt Der andere Tim An der Scheibe Ihm steht Die Sonne In der Fresse Hier auf der Brink Seien zwei Leute frei Nick da Völlig allein Und da kommt Ein Verteidiger von Reich und schön Das ist ein Kellerherrn Das ist ja unfassbar Schade Gut Tim In dieser Situation Leider Nichts gesehen Jetzt steht es 8 zu 2 Am Sieg Aber wohl Kaum was zu rütteln Nichts gehört Aber ich hab nichts gesehen Aber die weiß war Anwurf Scheibe jetzt wieder im Spiel Stefan auf Max Der versucht direkt wieder lang Umkamera schenken Nicht mit Kamera für Aber der ist nicht gefangen Das ist ein Turner Damit reich und schön Jetzt wieder am Zug Und da kommt auch schon der erste Pass Das ist ein längerer Pass Und die Kamera schwenkt wieder nicht mit Gut Das haben wir Ja Das ist ein Punkt Darin steht es jetzt 8 zu 3 8 zu 3 Sie versuchen auf jeden Fall nochmal ranzukommen Zwei Punkte in Serie jetzt Aber mit einem Blick auf die Uhr Kann ich sagen Das ist wahrscheinlich zu spät Jetzt kurz verschlüssel Stefan an der Scheibe Und der wirft doch mal lang Overhead in die Endzone Und Flo hat ihn Safe Damit steht jetzt 9 zu 3 Für uns Die Eyecatcher Gegen Reich und Schön Frankfurt Und da ist das Spiel auch schon zu Ende Also das war der letzte Punkt 9 zu 3 Klarer Sieg Gegen Reich und Schön Das war das letzte Spiel aus der Gruppenphase Punktemäßig liegen wir jetzt auf Platz 3 Das bedeutet Wir haben jetzt noch Die zwei drittplatzierten Gegner Aus den anderen beiden Gruppen Und das könnt ihr in den weiteren Videos sehen Und zwar Hier oben geht es direkt zum nächsten Spiel Gegen den Gruppendritten Gegen die Rasenmäher Oder aber Ihr klickt hier unten Und kommt zum letzten Spiel Das wir hier auf dem Kanal hatten Gegen Forest Jump Des Weiteren könnt ihr natürlich für euch kostenfrei Hier oben abonnieren Um keins unserer Videos zu verpassen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis dann Bei Endzone La 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 Vielen Dank.